Willkommens zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen, denn eigentlich steht der Abstieg so und so gut wie fest und bei einem Abstieg gibt es halt den Ausverkauf. Viele Spieler werden uns verlassen, da hier einfach die sportliche Perspektive nicht mehr geboten wird. Viele Spieler werden uns einfach aufgrund der immensen Kosten verlassen und wir müssen halt eben auch in der zweiten Liga sehr, sehr viel Geld generieren. Und es gibt schon wieder die nächsten Gerüchte, welche Spieler uns verlassen könnten und genau diese Gerüchte möchte ich mir heute in diesem Video anschauen. Ihr seht schon, was den Kader betrifft, davon gibt es bei mir ganz, ganz viele Videos und heute werfen wir zunächst mal einen Blick auf Maximilian Mittelstädt. Denn Maximilian Mittelstädt könnte im Sommer Hertha BSC verlassen und ich glaube dieses Mittelstädt-Thema, das zieht sich schon durch die ganze Saison durch. Jetzt gibt es aber einen neuen Artikel von der BILD, der gestern aufgetaucht ist und dieser Artikel bestätigt, dass es eine Ausstiegs-Kause im Fall von Mittelstädt gibt. Mit Mittelstädt hatte er eigentlich erst im Januar seinen Vertrag bei Hertha verlängert bis 2026 und eigentlich dachte ich auch, dass man mit Mittelstädt plant. Hat man aber nicht, denn irgendwie war die komplette Saison Plattenhardt wirklich gesetzt. Auch jetzt unter Pall Daday war Plattenhardt schon der gesetzte Spieler, aber auch Sandro Schwarz hat eigentlich dort auf Marvin Plattenhardt gesetzt. Und ja, Werder Bremen zeigt Interesse an Maximilian Mittelstädt und dieser Besitzer hat eben eine Kause im Abstiegsfall. Diese Kause ist so eine Art Ausstiegs-Kause und soll bei 3 Millionen Euro liegen. Das heißt, für 3 Millionen Euro könnt ihr im Falle eines Abstiegs wechseln. Und ich sage es mal so, wie es ist, einige von euch haben sicherlich eine Hoffnung, bei mir vielleicht auch noch so ein ganz, ganz bisschen Hoffnung ist auch noch da. Aber wir sind schon abgestiegen und damit würden auch diese Kause greifen und wenn Werder Bremen eben 3 Millionen Euro oder so hat, dann könnte ich mir forschen, dass sie auch Mittelstädt kaufen werden. Werder Bremen braucht ja einen Linksverteidiger, sie haben momentan nur Anthony Jung und dahinter fehlt so ein bisschen die Qualität. Und ich kann mir Mittelstädt bei einem anderen Feind, bei einem wirklich guten Tapetenwechsel, einem ruhigeren Umfeld auch gut forschen, dass er sich vor allem unter Ole Werner entwickelt. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass er bei uns bleibt. Mittelstädt wäre wirklich ein Spieler, der in der 2. Liga für uns ein wichtiger Faktor werden könnte. Ich finde es halt einfach lächerlich, dass wir nie auf Mittelstädt gebaut haben in dieser Saison. Ja, nennt mich komisch oder so, aber ich finde, dass Marvin Plattenhardt so unglaublich schlecht spielt. Marvin Plattenhardt zeigt Spiel für Spiel, dass er nicht in die Startaufstellung gehört und trotzdem wird er jedes Mal aufgestellt. Und wenn Mittelstädt eben spielt, dann spielt er sogar relativ gut. Und natürlich ist Mittelstädt jetzt nicht der Heizbringer, der immer die perfekten Leistungen zeigt. Aber zum Beispiel bei der Einwechslung beim Spiel gegen Bayern München, das war ein wirklich gutes Spiel von Mittelstädt. Der Bezweiger hat gar keine Einwechslung, der hat ja da sogar von Anfang an gespielt. Mittelstädt hat einfach nur einige Defizite und die hat er unter anderem in der Defensive. In der 4. Kette ist er nicht ganz so stabil, hat immer die ein oder anderen Patzer mit dabei. Aber ich finde, in einer 5er Kette kann er durchaus richtig gut funktionieren. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, wir steigen ab. Wir brauchen sowas von viel Geld und dieses Geld müssen wir irgendwie durch Ablösung reinkriegen. Und ich glaube, man würde es da schon fast annehmen, wenn eben ein Verein 2 oder 3 Millionen Euro für Maximilian Mittelstädt bietet. Und wenn man da mal ehrlich ist, Mittelstädt würde dann zu Werder Bremen wechseln, plattenharten Vertrag. Der wird ja momentan, ja, der läuft ja eigentlich aus. Aber da gibt es ja auch Gespräche, Stand dem März, da gibt es ja jetzt noch keine neuen Informationen. Und dann hätten wir keinen Linksverteidiger bei viel kommenden Saison. Und von daher würde ich eigentlich mich mit dem Gedanken eher anfreunden, dass Mittelstädt bei uns bleibt. Mittelstädt, auch wie gesagt, ein Spieler, den ich durchaus für diesen Berliner Weg so ein bisschen als Identifikationsfigur sehe. Der kann das gut widerspielen, ist ein Spieler aus unserer Jugend, der hier mit dem Verein durch dick und dünn geht. Für mich wäre Mittelstädt der perfekte Spieler. Denn wenn man auch mal eben so ist, Mittelstädt hat eine gewisse Qualität. Und er hat sie schon damals vor zwei, drei Saisons bewiesen und eigentlich in dieser Saison hat er sie phasenweise auch bewiesen. Für die zweite Liga wäre Mittelstädt in meinen Augen wirklich ein guter Linksverteidiger. Schon vielleicht der beste Linksverteidiger der Liga. Und wäre wirklich eine gute Ergänzung. Man muss halt eben sagen, er hat immer mal wieder diese bescheuerten Aussetzer drin. War es gegen Gladbach? Ich glaube es war gegen Gladbach in der Hinrunde, wo er einfach seine Hand im 16 erhebt und einen Elfmeter verursacht. Aber ansonsten, ein Spielertyp, den ich sehr sehr gerne bei uns sehen würde. Ein Linksverteidiger, der auch wenn man sich mal die Statistiken anschaut, im Ligavergleich gar nicht so scheiße ist. Also die Statistiken von Mittelstädt sind, wenn ich das euch mal hier einlende, wirklich echt gut. Es ist wirklich gut, was er zeigt. Wenn man einen soliden Verteidiger für die zweite Liga mitnehmen möchte, wäre Mittelstädt Wahl Nummer 1. Dann brauchen wir uns nämlich dort nicht nach Ersatz umsehen. Denn wir wissen eben auch, Lukas Ullrich geht ja nach Gladbach. Top. Ja gut, soviel zu Maximilian Mittelstädt. Sollte Werder hinkriegen, guter Transfer für Werder Bremen. Ist ein solider Linksverteidiger. Wenn man den noch wirklich richtig gut schleift, dass der seine Fehler abstellt, dann kann man sich dort wirklich nicht beschweren. Aber sollten wir auch Geld für ihn kriegen, ist das auch okay. Denn wir brauchen eben, wie gesagt, dieses Geld. Klassisches Dilemma mal wieder. Na gut, soviel erstmal zu Maximilian Mittelstädt. Sprechen wir jetzt über die zweite Thematik des Tages. Und es geht wieder mal um einen unserer Jungspieler. Pascal Clemens. Pascal Clemens ist ja ein Spieler, der in dieser Saison mal wieder ein bisschen in den Fokus rückt ist. Paul Daday und Osato Schwarz haben ihn bereits einige Male in den Bundesliga-Kader berufen. Er ist Innenverteidiger, 18 Jahre alt. Und ja, eigentlich ist er so ein bisschen der Nachfolger von Inus Gechter. Zeigt gute Leistungen in der Jugend. Hat jetzt auch schon ab und zu einer zweiten Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Und hat es auch gut gemacht. Ich finde, er hat gute Ansätze gezeigt. Und sein Vertrag läuft aus. Und Hertha BSC hat die Option, den aushoffenden Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wir wissen aber eben auch, dass es eine ähnliche Situation ist, wie bei Lukas Ullrich vor einem Jahr. Er ist 18 Jahre alt, könnte jetzt schon den Profilvertrag unterschreiben. Aber es gibt anscheinend bis jetzt noch keinen Profilvertrag. Und das wundert mich, weil Pascal Clemens hat bereits das Wintertrinkslager mit dem Team bestritten. Konnte auch schon einige Testspiele bestreiten. Und ich dachte eigentlich, dass man sich so langsam mit einem Profilvertrag ähnlich wie bei Jules Gottschalk und bei Ibrahim Mazza rantraut. Aber bisher hat er noch keinen Profilvertrag unterschrieben. Und von daher haben ihn noch einige Vereine auf der Liste. Unter anderem Werder Bremen, die damit jetzt schon den zweiten Spieler in diesem Video hier auf der Liste haben. Boris der Mönchengladbach und dann noch einige Zweitligisten. Unter anderem auch der HSV. Und mal wieder ist Boris der Mönchengladbach an einem unserer Jugendspieler interessiert. Es ist, ich sage dazu nichts mehr, aber Gladbach hat jetzt bereits Luca Netz und Lukas Ulrich geholt. Ich weiß nicht, haben die eine eigene Jugendabteilung oder gucken die wirklich, was bei uns rumläuft und nehmen da alles, was zwei Beine hat? Erstmal muss ich sagen, wenn Pascal Clemens uns verletzt, fände ich das gar nicht so schlimm. Weil wir haben wirklich viele talentierte Innenverteidiger. Linus Gecht habe ich ja bereits schon genannt. Martin Dade habe ich genannt. Und ich würde es sogar verstehen, wenn Pascal Clemens zum Beispiel erst bei Hertha BSC zum Beispiel auf Leihbasis verletzt. Denn ich glaube, bei uns ist die sportliche Perspektive echt nicht so gut auf der Innenverteidigerposition. Wir haben viele talentierte Innenverteidiger. Und dann haben wir noch zum Beispiel Marco Verkämpf oder Philipp Urewitsch oder das, was da vor nächster Saison übrig bleibt. Und ich bin sehr gespannt, ob er dort seine Rolle finden wird. Aber ehrlicherweise, wenn wir absteigen, dann haben genau diese Spieler wie Clemens, Gottschalk, Maza die Chance, sich in den Kader hereinzuspielen. Die Chance, sich zu beweisen. Und ich traue das unseren Berliner Jungs durchaus zu. Pascal Clemens hat gute Ansätze immer mal wieder gezeigt. Auch in der Regionalliga kann er körperlich mit den anderen Regionalligaspielern, das ist ja alles so brocken, kann er ja gut mithalten. Und ja, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn er hier seinen Vertrag verlängert. Denn der Berliner Weg, alle labern ja davon. Da muss man diesen Weg auch gehen und die eigenen Talente halten und nicht ständig zu den ganzen anderen Schwanzvereinen abgeben. Wenn jetzt das dritte Talent zu Gladbach wechselt, dann bin ich wirklich sauer. Denn unsere Talente sind das Herz des Feindes. Die Akademie bringt Jahr für Jahr für Jahr Spieler hervor. Und man muss diese Spieler auch mal halten und die Chance geben. Aber wir setzen ja lieber auf Voremovic oder auf Rochel. Ziel muss es einfach sein, den Talenten, unseren Talenten eine angemessene sportliche Perspektive zu geben. Und ja, dann halt eben auch diese Talente zu halten, anstatt immer auf externe Spieler, die genauso schlecht sind, zu setzen und die dann auch noch richtig viel Knete kosten. Das ärgert mich. Ich glaube, man merkt schon wieder, wie ich mich hier krass ärgere. Aber, nun gut, ich bin gespannt. Viele Klubs baggern gerade an ihm. Aber er könnte, wie gesagt, auch hier bleiben und den Vertrag verlängern. Möglicherweise, wie gesagt, die Optionen gibt es, ähnlich wie im Vertrag von Lukas Ullrich. Aber bei Lukas Ullrich hat es ja auch einfach nichts gebracht. Und ich hoffe einfach, dass wir mit Benjamin Weber an der Spitze als Sportdirektor einfach diesen Spielern den gewissen Weg aufzeigen können. Immerhin haben jetzt Julius Gottschalk und Ibrahim Mazza, wie gesagt, den Provertrag unterschrieben. Und das finde ich toll. Gottschalk, starkes Händler aus der 7. Mazza aus der U19 und aus der Regionalliga brutal stark. Ich glaube, er hat sogar am Wochenende gegen den Berliner K2 Tore gemacht. Das ist ein wirklich guter Spieler. Und da können wir uns auf einiges freuen. Nun gut, das war es jetzt mit diesem Video. Ich glaube, heute Abend um 19.30 Uhr, ist ja jetzt schon fast 19.30 Uhr, gibt es von mir einen Livestream. Ein bisschen über Hertha sprechen, ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Um dir nicht zu verpassen, abonniert ganz gerne diesen Kanal. Und like gerne dieses Video, soll es euch gefallen haben. Wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video, einem weiteren Vorbericht. Wieder morgen gibt es Vorbericht zum Spiel gegen den VfL Bochum. Bis dahin, genießt den Tag. Schönen Abenddachs noch. Und tschüss. Und tschüss.